Wie tragen Steuerfahndung und Betriebsprüfung zu mehr Steuergerechtigkeit bei? Steuergerechtigkeit ist für diese Landesregierung ein großes Ziel. Wir können nicht zulassen, dass der ehrliche Steuerzahler der Dumme ist. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass gleichmäßig das Gesetz angewendet wird. Deshalb haben Betriebsprüfer und Steuerfahnder in dem Jahr 2012 erhebliche Mehreinnahmen für den Staat gebracht. Pro Betriebsprüfer und Steuerfahnder zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen zusätzliche Steuern. Wie hoch waren 2012 die Steuereinnahmen durch Steuerfahndung und Betriebsprüfung? Steuerfahnder und Betriebsprüfer haben 3,4 Milliarden zusätzliche Steuern eingebracht. Das ist eine sehr gute Bilanz. Was tut die Landesregierung, um Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen? Wir verstärken das Personal in der Steuerverwaltung. Bis 2016 500 neue Stellen und 500 zusätzliche Ausbildungsplätze. Und vor allem wollen wir die Steuerfahnder und Betriebsprüfer verstärken. In diesem Jahr beginnen über 140 Männer und Frauen eine Zusatzausbildung, damit sie diesen komplexen Sachverhalten auf die Schliche kommen können und Steuerhinterziehung vermeiden oder aufdecken können. Was kann die Politik tun, um Steueroasen auszutrocknen? Wir brauchen eine verstärkte politische Zusammenarbeit innerhalb Europas und innerhalb der entwickelten Industriestaaten, der OECD, um Steuerschupflöcher zu schließen. Es kann nicht sein, dass Großkonzerne sich arm rechnen können und durch geschicktes Ausnutzen von nationaler Steuergesetzgebung minimale Steuersätze bezahlen. Wir werden uns dafür einsetzen im Bundesrat und in Kooperation mit einer Bundesregierung, die vielleicht dann da etwas offensiver vorgeht, um durch Vereinbarungen diese Steueroasen trocken zu legen. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020